Moin Leute, Trimax hier. Endlich gibt es wieder Zombie-Modus und diesmal in einem richtig geilen Format. Die Zombies laufen rum, haben nur die Pickaxe und diesmal dürfen sie gar nichts. Sie dürfen nicht bauen, keine Impulsgranaten, keine Jumphead, absolut nichts. Wir dagegen dürfen aber auch gar nichts. Wir dürfen uns nur oder wir müssen uns einen Einkaufswagen schnappen. Wir bilden Zweierteams, Marcel und ich und Henki und Chef Strobel bilden Teams und welches Team länger überlebt hat gewonnen. Und jetzt geht es einfach nur darum, den Zombies mit den Einkaufswagen auszuweichen. Wenn man den Berg runterfällt, ist man mega schnell. Wenn man den Berg hoch schiebt, ist man viel zu langsam. Das war richtig geiles Gameplay. Einige im Stream haben gesagt, das war die coolste Zombie-Runde überhaupt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das auch so geil fandet, ob wir das nochmal machen sollen. Vielleicht mit verschärften Regeln, irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Haut in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Go, 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 Marcel! Die sind schon los, hier sind die Wägen. Die Wägen? Ja, Chef ist der geilste Fahrer. Ich sehe es hier schon. Ab die Post. Da hast du eine Kiste. Hey, das ist meine Kiste. Finger weg. Wir haben einen Vorsprung, Marcel. Ja, wir dürfen nichts bauen, ne? Ne, ne. Oh, da kommt noch ein Zombie angeflogen. Achtung, Zombie. Zombie von oben. Alter, wie fährst du denn? Ich habe gerade hochgeguckt und er lenkt dann nach rechts. Der ist direkt neben uns. Alter, fahr, 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 fahr. Hä? Was ist der denn? Chef, geht Gas. Alter, Marcel! Die sind hinter dir. Wie fährst du? Oh, er hittet mich. Hast du gesehen, wie schnell er war? Was war das denn? Der hat in unseren Wagen gebackt. Da kommt einer, fahr. Du danst einfach fahr, fahr, fahr. Guck mal da rechts, Leute. Guck mal da rechts hier. Auf gar keinen Fall den Berg hochfahren. Da kommen ganz viele. Oh, wir sind schneller als sie. Wir sind schneller als sie. Das ist gut. Wie läuft es bei euch gerade? Also, Chef, oh, vor uns. Chef fährt in die Zombies ein die ganze Zeit. Wieso sind hier so viele? Marcel, geht Gas. Du darfst nicht den Berg hochfahren. Der fährt die ganze Zeit in die Zombies rein. Maxi, komm! Es sind so derbe viele. Auf gar keinen Fall den Berg hochfahren. Da sind wir langsam. Ich hätt' ich dir geben müssen, weil ich wäre der Fahrer, weil wenn ich tot bin. Das ist mir doch egal. Alter. Nein, ist okay, du mal soviel aus. Das machst du sehr gut, Marcel. Marcel ist ganz sicher. Ich glaub, wir machen das. Moderatoren macht mal ne Abstimmung. Wer glaubt ihr gewinnt? Marcel, der ultra nice Fahrer. Und ich? Fahr doch nach links. Die sind doch alle da. Oh, der ist im Strom. Chef fährt in die Leute rein. Der ist mega am reinscheißen. Alter, ein Berg hoch ist gefährlich. Da sind die Zombies schneller. Marcel? Lass dich mal kurz hier raus. Bleib am Wagen, bleib am Wagen. Falls was ist, komm ich sofort zu dir gesprintet. Ich muss kurz checken irgendwie. Dass wir Healed oder irgendwas haben, ne? Ja, irgendwas geile. Lagerfreund wäre nice. Ja, irgendwie sowas. Alter, ich zähl mal kurz durch. Sag, wenn Zombies kommen, ne? Sag, wenn Zombies kommen. Wir müssen sofort abhauen dann. 14 Zombies sind grad anders dran, Leute. Deagle darf ich eh nicht benutzen. Äh, ich würde euch auch empfehlen, ne? Guck mal. Hey, Max. Äh, Ruhe, Ruhe. Frag mal einen Plan. Ach so, na gut, na gut. Shit, hier ist nichts. Was hält? Maxi, komm, Maxi, komm, Maxi. Alter, Alter, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Fahr, 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 fahr. Das ist aber mein Plan, dass die alle mitkommen. Ey, kann man sie ramm? Ramm ihn, dass er... Ja, er dreht sich. Ramm ihn, dass er... Ja, er dreht sich. Oh Gott, Alter. Nicht den Berg hoch, nicht den Berg hoch. Das wird zu langsam. Oh, die sind hinter uns. Die fokussen uns, Alter. I can't believe this shit, yo. Alter, sehr gut, Marcel. Oh, ma, oh. Alter, Chef, ramm die Pizze. Da sind wir weg. Ihr könnt uns nicht ramm, wir sind viel schneller. Marcel hat doppelt so viel PS wie der dumme Chef Strobel. Einfach weg können, Schau mal hin. Ja, ihr habt euch einfach gedreht. Merkst du nicht, wie viel schneller Marcel ist? Oh, Chef Strobel wird da richtig sauer. Die haben sich die Kristalle gegönnt. Oh, das dürfen sie tatsächlich. Echt, shit. Wie blau ist das? Ich höre dich schon hinter mir. Ja, gib Gas. Er kommt. So, wir sind so weit weg von euch. Er ist über uns. Nervt euch das gar nicht. Max, hier, lass die Pilze kurz nehmen, oder? Ja, lass schnell Pilze nehmen, schnell. Max, hier. Mach ich nämlich auch kurz... Pilzpause. Nee, du rollst dann zurück. Pilzpause. Ja, ich steig sonst aus, oder nicht? Er rollt ja auch zurück, der Einkaufswagen. Ja, ich kann ihn ja nehmen. Du kannst die Pilze nehmen, weißt du. Ach so, stimmt. Ja, egal, ist von nur einer. Weiter geht's. Pilzpause beendet, muss weiter. Lass kurz gucken. Du musst immer gucken, ob Zombies kommen. Ja, da ist Heel. Go, go, go. Schnell, 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 weiter, weiter, weiter. Eigentlich müssen wir auf den Berg rauf, falls was kommt, ne? Nee, nee, wir fahren einfach die Straße. Aber wo sind die Zombies? Ich hab grad ein bisschen Angst. Die sind in Discord. Lass mal gucken, ob wir noch ein bisschen Heel finden. Okay, da kommen auch wieder Zombies. Fahr erstmal weiter. Warte. Ja, wenn ich genug Sicht, wenn welche keine Sicht haben, ist es nicht gut. Okay, komm. Weiter geht's. Da ist vor uns so ne Zombie-Wand, kostet mir gut im Arsch. Oh, da sind schon welche. Till, komm auf uns zu. Fahr weiter, fahr weiter. Vollgas, vollgas. Zombie, der schafft, Chef Strubbler auszuschalten, bekommt ne Capri-Kirsch. Bekommt ne was? Ne Capri-Kirsch, ne Capri-Kirsch. Direkt aus dem Tiefkühler. Richtig schön kalt und lecker. Im Sommer, ein Traum. Und ne halbes Calippo-Cola. Trimax und Marcel fahren grad nen Berg hoch, das ist eure Chance. Ich bin im Stream, die sehen, wo ich hochfahre. Ja, ich weiß. Solltest du nochmal? Oh, das ist gut, Marcel. Das ist richtig Abstand. Die Leute sind ja halt auch im Game teilweise, weißt du? Zum Erdschub, zum Erdschub, zum Erdschub. Oh, nach links, nach links, nach links, Chef. Wir fahren wieder komplett in die Reihen grad. Ist doch gut. Rechts ist was. Du musst dir jetzt Gas geben. Die sind direkt hinter uns. Mit Kristall. Warum hat er schon direkt dabei? Ey, seid ihr Dienstag eigentlich auch dabei, Jungs? Das wird im Late-Game so über. In Berlin? Nein, da sind wir kommen, ich kann nicht. Ähm, fuck. Chef? 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 Alter, wie kann das denn? Er schlägt uns. Guck mal, ihre AP, Max, siehst du? Oh, Hanky. Guck mal, Hanky. Oh, 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 oh. Der wird aber eng. Ich bin tot, ich bin tot. Hanky. Warte, kann man sie ran? Chef, Max? Komm, die rammen wir. Chef ist, er ist in. Oh, jetzt sind Tommy, fahr weg, fahr weg, jetzt sind Tommy, sie rennt neben uns. Was hält diese Bergkotter, wenn wir zu langsam? Warte. Nein, Dreh, 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 Dreh! Nein, 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 oh mein Gott. Komm schon, komm schon, ja, fahr, 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 hier sind wir schnell. Oh mein Gott, nice, er ist tot. Chef ist tot, Chef ist tot. Echt? Oh mein Gott. Chef Strobel. Oh, nee, jetzt hat er. Na gut, da kriegt er noch mal Speed, da kriegt er noch mal richtig Speed, der Junge. Aber vorig ist auch noch ein Zombie, jetzt wieder berghoch. Boah, Chef Strobel, du hast so wenig HP. Oh ja, ich machen soll, die waren bei uns mit einem Kristall, wo der denn ein Kristall her gehabt hat, mit einem Kristall dabei Ding. Max, Chef fährt in zwei Zombies rein, die schmlocken des Autokopfnet und nicht sterben. Ich konnte ja nichts machen, weil die beiden... Chef Strobel, Alter, mal wieder. Max, ist tot. Chef, fährt euch einfach hinterher, das heißt, alle Zombies, die euch hinterhergelaufen sind, sind dann auf uns gegangen. Alter, hier ist eng, Junge, hier sind wir zu langsam, mach keinen Scheiß. Chef, du musst andere Wege wählen, du musst andere Wege wählen. Oh, Leute. Von rechts kommt was, von rechts kommt was, Achtung. Du bist langsam, Marcel. Ja, das ist gut, hier geht's gleich wieder richtig den Berg runter. Ab in die Zone mit uns, wunderbar. Alter, komm Speed, Junge, weg mit den Zombies. Chef Strobel gibt auch gut Gas, aber da fehlt das Gewicht, da fehlt das Gewicht. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Schön machst du das. Chef Strobel da hinten. Chef Strobel, hast du keine Verbände? Nee. Brauchst du was? Brauchst du was? Ich hab was. Aber ich kann's dir nicht gehen, weil wenn du dich healst, holen sie dich. Obwohl, Chef Strobel... Ist das in Deutschlandmacht? Wir können gar nicht bauen, Steffi. Feier hoch, feier hoch, feier hoch. Chef Strobel, ich dropp dir Verbände, okay? Okay. Okay, hier, nimm sie. Viel Erfolg. Tu's nicht, tu's nicht. Die sind hinter dir. Hoffentlich hast du nur einen gedroppt. Nee, nee, waren alle. Ich hab schon nur einen gedroppt. Nee, ich bin ein Ehrenmann, ich dropp alle. Hast du schon einen genommen, Chef Strobel? Ich hab konnte nicht, die war hinter mir. Wenn du richtig Speed hier den Berg runterfällst, kann es sein, dass du vorbeifällst. Oh, jetzt wird's unsicher. Die sind alle vor uns. Oh mein Gott. Okay, fahr da irgendwo durch. Einer ist schon direkt neben uns, gib richtig Gas. Oh, ausweichen, ausweichen. Ja. War das noch einer? Marcel! Marcel! Ja, geil. Sehr gut, Marcel. Oh, das ist noch einer. Oh mein. Alter, er sieht uns nicht. Er ist afkar. Mein Gott, Max! Marcel! Hilfe! Alter, hau ab, Alter, du Wichser. Oh, 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 er blockt! Marcel, bitte! Guck mal, Chef, ganz hinten. Ihr müsst nach links, Leute, da, Chef. Chef Strobel ist eingequetscht. Ist gut, was du hier machst. Wir sind, Einkaufswagen ist schneller als die Fußgänger. Aber die Zone wird immer kleiner. Guckt mal, wo die Zone hier ist. Oh mein Gott, Max. Obwohl, das ist eigentlich ganz gut, offene Fläche. Wo ist denn Chef Strobel? Chef Strobel, wie ist die Lage bei dir? Gut. Der hat, äh, bisschen, bisschen Zeit, hat er. Also, Leute, ganz ehrlich, mein Daumen tut weh, ne? Mein Unterarm. Ich krieg gleich einen Krampf. Max steht richtig, Dinger. Oh, vor uns ist richtig los. Aber wir sind schnell, wir sind schnell. John Wick. Max, ich hab die Idee, ich hab die Idee. Geil, ich hab die Idee. Wir locken sie jetzt zu Chef, komm. Komm, wir locken. Oh, vorne vor uns. Chef Strobel. Chef Strobel, gib mal Gas. Wir sind so viel schneller als Chef Strobel. Marcel ist echt broken, was das Fahren angeht. Max, die Zone. Die Zone wird immer kleiner. Oh, vor uns sind Zombies. Pass auf, ne? Pass auf. Ja. Die konnten alle den Berg rüber. Ich wär ein Popcorn. Ich wär ein Popcorn. Guck mal, ich wär ein Popcorn. Das ist geil. Das ist richtig geil. Alter. Marcel, Marcel. Ja, ja, ja. Was ist das? Ach, 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 ich hab noch 5vp. 5vp. Marcel, bitte. Ich kann nix machen. Ich wär für Popcorn. Ich wär für Popcorn auf sie. Was soll ich machen? Wie jagen wir uns? Zählt das jetzt als Win für Chef? Ja. Alter, Schimt Strobel. Er wollte rammen. Du mieser Mistkerl. Der wollte uns umrahmen. Ey, ich wär's. Der werf mir einfach mit Popcorn ab. Mach jetzt keinen Scheiß. Wann sind wir am Arsch? Ich brauch zwei Hits und ich bin down. Ne, 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 der Schimt Strobel ist down. Der ist in den Eilen drin. Max, haben wir Zeit, um zu healen? Nein, nein, nein. Ich hab auch nichts zum healen. Fahr weiter. Ich bin mit einem Hit down. Alter, du fährst schon wieder da, wo du hergekommen bist. Oh, 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 Marcel. Nein. Das ist so ein Klon. Nimm das, Alter, du das scheiß Popcorn. Aber warum denn alle auf uns? Ich verstehe das nicht. Das war's glaube ich. Das kann es gewesen sein. Der Strobel. Wie ist die Lage bei dir? Der Strobel redet gar nicht mehr. War's schon wieder hier lang? Er failed. Wir haben gefailed. Ja, ich bin down. Ein Hit. Oh, oh, nein. Marcel, komm schon, das überlebst du. Marcel. Ich kann nicht. Nein. Boah, Chef Strobel. Ah. Hä, aber hä? Er war auch in allen drin die ganze Zeit. Chef Strobel, wie konnte er das gewinnen? Last Man Standing. Das Ding ist, ich konnte nicht links hoch, Max, weil die Pfingst abgekürzt haben schon. Ja, ja. Ich weiß. Da war der Berg nicht mehr geil. Alter. Ja, das war's. Zack, das ist ein Zombie. So sehen Zombies aus. Gewonnen. Ja. Der hat sehr gut angefangen. Ja, Mist. Leute, danke an Henki und mich geglaubt haben. Stark gespielt, Leute. So. Gut gefokust, Jungs. Nicht schlecht. War schon mal gut. Jetzt fahr ich. Marcel ist Passagier. Und bei euch auch andersrum. Henki, ihr müsst wissen, Henki hat das letzte Mal vor 14 Tagen gespielt. Er hat noch nie einen Einkaufswagen benutzt. Jetzt bin ich gespannt.